Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 14 Coop Seasons mit dem Alex Hallo Leute und mit mir Limpia Oh yeah, letzte Folge war minimal lang minimal, minimal, passy-kunst vielleicht, mini-kunst Ja, das war eigentlich viel nur so 20 Minuten, das ist für 10 Minuten ungefähr war mehr Ach, kann man mal machen Kann man mal nicht machen Sag mal, sag mal Ah, okay Man braucht nicht gerade so lange, um wieder einen scheiß schwulen Gegner zu finden, Mann Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Warum machst du das? Warum suchst du uns de-abonnieren? Was haben wir dir getan? Ja, wir haben ins Gesicht gewixt Ähm, ich bin ja froh, dass uns nicht noch mehr de-abonniert haben nach dem Matera-Ende Ich hatte echt Angst, dass wir einfach so fünf Stück weg oder sowas oder noch mehr Ah, egal Läuft schon bei uns Das wäre ziemlich kacke Im Moment bin ich ein bisschen zufrieden mit unserem Kanal Außer um Wir werden so viel, wenn dann in 123 noch 2-3-0 mehr dran wären, ja 2-3, ja, ja Ja, 3-0 Alter, übertreib doch direkt, Junge Warum nicht direkt 4? Mann Du bist ja ausgerastet, der übertreibt so voll, Junge Hunderttausende voll, Gämmen, gesagt Nein, bitte, Xin 1009 noch gefehlt ja noch so es ist zu tun um Ball zu spielen ist überhaupt zu dumm um seine um auf den Lappen Mutschen Graz nicht keine Ahnung die Peitschnie war nicht der Neue Lashalama da vergessen du meistgebot warum triffst du nicht Götchen Nix da wohl schon mehr Action als notwendig komm ja ja wir kaufen die Fall da von Neuer du stehst mit dem in den Arsch ja es kommt jemand ganz schön übrigens ist drei typisch gehen Mann da hat sich über alle gekauft ja egal dass wir schnell zurückgehen Oh Mann jetzt Hier Schick Alter Genau dahin war der gedacht Ja eigentlich nicht so lange Boah Junge Nein Komm ja komm 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 Jawohl Junge wie geil die immer unsere Tore einfach rausgespielt sind Die Gegner hat immer nur so Lappenflanken und Kopfballtor Weißt du Wir haben uns immer so richtig so 5 Stationen dies das hin her Boah ich hab wirklich der geht der noch hin Weil der weiß nicht wie ein Absatz gewinnt Leute Der war richtig awesome Der war richtig awesome ey So komm Alter Bleib halt stehen Ja komm kann man mal so machen oder Junge 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 Wir haben ja für 5 Minuten gegassiert und wir haben ja innerhalb von 2 Minuten ausgeglichen Hupen Lass bei uns 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 Alter ohne Scheiß wir sind die Nougatze Ah Marcelo mit seinem Wichs Krüppelarsch stark am Mann Der hat das Manzuki Alter Nein Marcelo der wollte schon wieder vorliegen Aber manzuki ist der hat kein Berger auch kein Schnitt gegen Manzuki Alter So jetzt komm So jetzt komm Na kassi jetzt da guckst du jetzt dumm gell Oh 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 Nur weil du entthron wurdest als Torhüter das Welttorhüter Ach der war noch nie Welttorhüter Doch doch schon Ach lohnt mich nicht Boah ohne Scheiß Ja komm noch Ah er will spielen ne Hast du aber verkackt Jo sehr schön Pia Mit mir spielt man nicht Wie wir den Alter der erst mal 2 Uhr geführte Wind in den Neap und 10 Neap 7 Spielminuten komplett auseinander Und manzum 3 2 Ich hab gesagt mit mir spielt man nicht Don't play with the nigger With his big dick So Ja ich hab noch mal drückt ich halt einfach den Lupen ran hertrick ey Ja und das ist ja von 7 Minuten kann man mal machen Ja das ist wirklich so Ach schade Ja hier Sorry der hat irgendwie gebraucht wieder Annahme Ja sorry der war jetzt ein bisschen abseits da durch Das sind die behindert oder so Boah Boah Ja ich muss da ein bisschen gechillter werden Ja nicht so Nein Ja ja jetzt aber was zu mir sagen immer Ja genau obwohl du das selber gemacht hast und nicht einmal Nein Boah keine Scheiße Das wollte ich auch gar nicht Guck War eh irgendwas Ach abseits Dann Wohin spielen wir denn mal Ja Scheiße Ach so und die hier schon wieder Verrat Oder auch nicht Ja 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 überhaupt nicht alter Jungbetscher einfach mal 5 Kilometer nach Salz Nein Nein nicht bachen Ähm Oh Alter Der sollte da vorgehen direkt Der macht dir so behindert zu dem anderen Ja Komm schon Ach komm Das war ein bisschen gekuschelt Ja Ja Junge zu Ah Du bist ja im Upside Junge Wegen nem Zentimeter Lol Alter Flück dich schon mal vorbei man Komm mit mir her Ohne Spaß Ich war aber viel zu schnell Wer geht uns aus Wer geht uns aus Wer geht uns aus Ah jo Magen Ah Oh und bleiben wir hier immer wieder vor stehen wie so Noten Oh Mann Ja rast du doch direkt aus Ja Nein Ja das hätt's den Ball auch mal mitteilen müssen da war ich glaube ich will nicht schnell genug ergeben komm jetzt ja komm hier kopfball hallo diesmal ich mal aufgepasst nicht geprägt zu abwechslung ja jungen schade ich habe mir gehört die ich gedrückt habe nicht weiß also ich hab's gehört ja ach Gott das dauert immer so lange bei dir keine Ahnung weil ich behindert bin das ist der einzige Grund aber das ist schwer 3 der Spiegel und ist aus alternativen Box auch wenn ich mich an den Spasten vorbeikommen sehen und sagen dass ein kompletter ja bei der Stimme stehen online der Villa mein Kopfball-Situation retten muss es doch nicht mehr normal der hatte nun ein bisschen Platz ich bin hier verwirrt nein Alter, gib dir doch mal nein oh Gott, ey ich muss selber dich verarschen lass mich ein, Alter jetzt jetzt gib dir doch direkt so einen Kurvenball, Alter ja, kann man aber machen hast lieber deine Mutti, ey ja Rückraum ja, wir liegen dir halt 300 Meter vor ja, genau, ey Alter gib dir halt mal Kurvenball ja, ich hab einfach gerade versucht zu flanken, Alter wie da so einen Kurvenball rausmacht ja, wie der Schiebe von Pisa, ja, so nein du wolltest den Schiebe von Pisa in der Hose haben, ja ja, das kann man mal so machen, oder? das war schon vor, wenn, äh, nicht na komm, lauf doch da hin, mal boah komm, renn oh, scheiße Halbzeit oh, das ist ja, wie er da steht wie eine Eins, Alter oh, Mann ja, Leute drei, zwei, ey aber der Rest war wieder der Ende der Halbzeit, da war wieder langweilig nur der Anfang war cool das reicht, ganz ehrlich 5 Tauren hat der ersten 20 Minuten, Junge das ist wirklich so der Mutter war voll hart gegeben boah und der Gegner brauchen wir wieder 3 Stunden um den Knopf zu betätigen, wie seine Mutter da betätigte er mich äh, egal den G-Punkt genau er stimuliert ihn der Nigger das muss man mal wieder hier einpflegen wir spielen kein Pro-Club mehr und schon haben wir das so wenig gesagt in letzter Zeit ist doch gut, dann lass es aber mal einfach okay, hast recht es ist doch umso besser, wenn wir es nicht mehr so oft benutzen jo, hier wenn wir Pro-Club spielen, dann benutzt er es eh wieder und ich weiß, wir werden wieder Pro-Club anfangen hm, das ist das wenn wir sowieso ja, komm, fick mich doch noch mehr weg, ja ja, gib dir ja, komm, breite Rücken nah du bist du B ja, war schon in Ordnung ist der behindert? genau ähm, alter ist klar war so geplant jaja man kann schon wieder so scheiße, ey mach mich depressiv ein Schritt mit Pulser okay schmeißt dich doch dein Weg, Mann, du Missgeburt, Mann du bist zu dumm, den scheiß Weg zu treffen ich sehe gerade nächstes Schmeiß einfach mal in die Mitte ja, fast doch ja von der Nahrung und Radius von einem von 20 Milliarden von A ja das ist ein Abseits auch doch nicht lauf, du Missgeburt genau nein, der war da hoch ja, chill halt die sind alle, die, ich weiß, die haben Bewegungsradius von einer fetten Sau, äh ach, gut ich bin jeweils zurückgedrückt, ey Mann komm fuck Mann, ich hab so gehofft darauf, dass es keine Abseits ist boah Junge, gib dir nein nein sorry die war zu lässig Spielkind, ey ich will lupfen ich wollte mein Lupfartor einfach so gerne haben ja, Alex ja, ich hab auf richtig einen Moment gewartet Rückraum ach, scheiße wo wollte, wo wollte er eigentlich Alter läuft bei dir aus dem Winkel machen wir's ganz sicher wie man uns ist halbwegs Alex ey, ohne Scheiß weißt du, dass du richtig scheiße bist ich hab dir eigentlich nach vorne gepasst du bist richtig scheiße ah, fick dich du bist gewohnt hau einfach raus, nein flach oh groß, jetzt gibt Gummi boah Junge, gib die Wache, mach äh, mach den anderen ey gib die halt einfach nein boah nein boah Junge, wir wollen einfach zu viel einfach nur ja, neuer, komm fahr oh Junge hast du Pause gedrückt? ja, ne? ja, aber der ist so feste den kriegt der nie im Leben den kriegt der den hat's vergessen, Alter der kriegt nicht mal deine Mutti, wenn sie sauer auf dich ist, Alter der kriegt nicht mal deine Mutti, wenn sie auf dich sauer ist, Mann ja, fick dich du Mist geworden geht's jetzt weiter oder noch nicht? jetzt drück ich weiter boah, wir gehen, der hat noch nicht gedrückt, was hat also ich hab noch nicht gedrückt ja, dann drück man ja, okay, jetzt geht's weiter gesagt, das geht ja nicht, das geht dein Nebenleben oh ja, komm boah, jetzt wird auch noch nach neun, ey jetzt wird auch noch nach neun, Mann passionate passt mit gra nicht passt mit gar nvt wow なuf ja, komm, kann man mal so machen, ne? POLISS Tобще WALDIES Tiane Alle und so 4 Taure per Kopf gemacht alle Vier Taure per Kopf ja, und bei uns läuft halt ohne Scheiß wie klings auch wenn so scheiße sind wir gar nicht ich glaub es manchmal ganz gut wenn wir uns mal ausographers gönnen und ich ja, und nicht so viel spielen sind sie wie befreit weniger gezielt wenn es wirklich nicht nur zu machen der Ecke einer Moment läuft auf einem Ball wird geschehen haben nur gewonnen weil er geht an den Rausen ja und die Götter hat sie hat man trotzdem wollen mann mann ja und wir spielen ja auch da Fall teilweise an die Wand die offensichtlich und er wird schickts nicht nur kurz ach scheiße da muss ich willkommen soll er wollte spielen ich wollte durchspielen auf der Linie zum anderen der hinten rumgelaufen ist und Körpers hätte viel bekommen Oha und ein Wettbewerb des Lagen ja okay mit dem Traum des Verwobenen der Bauern ja auch Kriegstoff nicht so sein was denn das Gräume wer eine Missgeburt am Ende das stein die Beine Glockenberg auf die Hörner Kuhl lücken sie bei den Job guten Besuchern die Eiger war von beiden seiten einfach in den Fuß rein aber trotzdem nur abseits von uns läuft von uns äh NOOOOO NOOOOO Mann wie in Alter hast du dir gesehen aber der ist nicht mehr gegenvoll das war schon halb innenpfosten Mama was war das Scheiße Oh Gott Wow Oh Gott Alter genau wie auf einmal voll schwach es ist klar Alter Neu Das ist mir scheiße von geht Jo muss man schon sagen Ja komm komm pass auf den Fall nicht 3 Jahre später Ja Mitlaufen haben sie es nicht so Okay war ein bisschen leicht Hier Nein und bitte nicht direkt da zurück Keine Ahnung ich verstehe es nicht Ich bin so Osman an ihm vorbeigelaufen Wollte uns schon in die Mitte spielen man Warum ist da keiner Keine Ahnung Weil er sich soweit zurückgezogen hat Tja Alter 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 Ja Was ist denn da los Hier Sehr schön Ja verpiss dich Gib dir halt Komm Ein Ja genau Kommen wir Ich bin mal natürlich 4-2 Ja ich weiß aus dem Winkel was aber wie sie Sehr auf die Mist nicht Ich dachte da geht dir noch etwas früher unter Kontrolle Ich dachte da geht dir noch etwas früher unter Kontrolle Ja Halt den Klasse 1 jetzt Ja Ja Leute Wir sind geil Wir sind geil Das sind eine Meisterschaft werden wir wahrscheinlich nie wieder schaffen Also in FIFA 14 zumindest nie wieder Mehr Missgeburten aber wir haben nur noch 10 vorigen Zeit oder sowas Oder noch ein bisschen mehr Von daher Wenn mein schönes Spiel jetzt mal lädt dann seht ihr auch die schöne Tabelle Wenn ich dann nicht Im Endeffekt ist es nur noch Zeit für ein bisschen mehr als eine Saison Ja Zehn Spiele oder so ne Ja So 16 Punkte in die Geist verbleiben Dann würde ich sagen das wars von der Folge haut rein Und die nächste Folge wieder übermorgen wie gewohnt Selbe Stelle und selbe Welle in New Guards und Au Tschüss